Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte gerne in diesem Video mehrere Themen mit euch durchgehen. Punkt 1 ist, dass Pikachu sehr wahrscheinlich nur ein Übergangsevent sein wird zu einem anderen Event oder ein Ersatztitan, nennen wir ihn mal ganz doof so. Dann möchte ich euch noch mit eingehen mit einem Livestream, der am Montag stattfinden wird, wo wir sehr sehr viele Pokémon News bekommen und den wir uns auch auf den Kanal hier live angucken. Und als letztes, aber da werde ich vorher eine Warnung geben, nochmal eine kleine Mini-Anspielung, die man in der Ankündigung festgestellt hat, die auf Spiele andeuten, die wir bekommen sollten. Aber wenn wir bei dem Punkt im Video sind, werde ich vorher eine kleine Spoiler-Warnung geben, falls jemand das nicht hören möchte, falls das wahr ist, was ich mir denke. Fangen wir erstmal an mit der ersten Information. Ich lese Kommentare von, oh warum Pikachu, unnötig, kein Bock, Kacke, wenn, will ich nicht spielen und die Liste wird länger. Ja, ja. Leute, ihr müsst eine Sache bedenken. Pikachu ist natürlich das Signature-Pokémon von Pokémon, ja. Dann ist auch Erschs Begleiter. Die Reise von Ersch geht im Anime jetzt zu Ende. Das heißt, im neuen Anime wird Ersch nicht mehr der Hauptprotagonist sein. Das heißt, Pikachus Abenteuer sind vorbei. Mit Ersch zumindest im großen Teil, sehr wahrscheinlich. Also man kann das so als Abschied sehen, dass wir jetzt einen Pikachu bekommen und dann mit Titanen zeichnen, warum nicht. Aber eine Sache, Leute, was ich sagen möchte, ist, es ist kein so ein Titan wie Klurak, Libalow und auch jetzt Kweizu war, weil es gibt nur einen Zeitraum. Bis jetzt habe ich alles, was ich durchsucht habe, nur eine einzige Woche gefunden, was alle Titanen nicht hatten. Die hatten bis jetzt immer zwei Wochen. Pikachu war jetzt nur eine Woche bis jetzt da, wie gesagt, das, was ich jetzt gefunden habe. Und was mich jetzt zu diesem Video kommen lässt, Leute, ist die Uhrzeit. Pikachu endet am Montag um 5, also um 3.59 Uhr, also sagen wir mal um 4 Uhr, ja, endet Pikachu. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, da wird das Pokémon Home Update vielleicht kommen. Das sollte ja auch als Ende des Monats kommen, dass das Event endet, bevor das Pokémon Home Update kommt. Das wäre eine Option, dass das dann kommt. Was ich aber auch sehr interessant finde, Leute, und das ist jetzt kein Spoiler, keine Sorge, am 27. Februar um 3 Uhr ist der Offizielle, auf dem Offizielle YouTube Pokémon Kanal, wird dann 20 Minuten langer, ich sag mal, eine Präsentation abgehalten, wo wir die Neuigkeiten für Pokémon mitbekommen. Also zum Beispiel, also im Prinzip hier, 2023er Pokémon Day ist das ja, und da werden wir so Informationen bekommen, wie eventuelle DLCs für Kamesin und Purpur, vielleicht eigenständige Spiele, die kommen sollten, Sachen von zu wahrscheinlich Pokémon Unite, Pokémon Go, Master X, also die ganzen Pokémon-Spiele bekommen da ja meistens so diese News, die kommen. Und natürlich kann es auch sein, weil das Pikachu-Event endet eine Stunde nach der Präsentation, was wie gesagt sehr merkwürdig ist. Sie sagt, entweder hauen sie in der Präsentation raus, hey Leute, Pokémon Home Update ab 4 Uhr verfügbar, dass sie sagen, okay, sie hauen das in dem Livestream raus, und wir bekommen da die Möglichkeit auf Home zu bekommen. Aber wer sagt uns ja nicht, dass wir dann auch ein Event bekommen? Das ist eine Pokémon-Woche, Leute, das ist der Pokémon Day. Ein Event unter der Woche wäre jetzt eigentlich perfekt. Und da könnte natürlich auch was dann in Verbindung stehend mit dieser Präsentation sein. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel, das Pokémon Home Update kommt, und man kann Hisui-Pokémon in Kamesin und Purpur bekommen. Vielleicht bekommen wir Hisui-Rates. Ähm, kündigen sie, jetzt als Beispiel, ein Remake von X und Y an. Vielleicht bekommen wir Iveltal und Cernia's Raids als nächsten Titan. Wisst ihr, was ich meine? Natürlich kann man das jetzt noch nicht ankündigen, weil wenn sie jetzt sagen würden, ja Leute, der nächste Titan wird Iveltal und Cernia's, ähm, oder Iveltal und Cernia's, ähm, wird doch gefühlt die halbe Welt checken. Hey, warum kommen denn zwei Legis aus X und Y und kriegen wir ein Remake? Wisst ihr, was ich meine, Leute? Also man muss mal diesen Tag abwarten, was passiert. Natürlich, wie gesagt, kann es halt nur das Pokémon Home Update sein. Das wäre, sagen wir mal, die langweiligste Möglichkeit, dass deswegen Pikachu früher endet. Aber das heißt, die Woche drauf ist ja auch wieder ein Raid-Event, was ja zwingend dann kein Nicht-Titan sein muss, ja. Kann auch sein, wie gesagt, dass der Titan, der halt am Wochenende kommt, etwas mit dem Update zu tun hat. Was kommt mit Home oder wie gesagt, mit einem neuen Spiel, mit einem DLC, vielleicht eine Einstimmung. Es können so viele Dinge sein, Leute. Also, nehmt Pikachu, das ist nicht ganz so schlimm, dass es da ist. Nimmt es lieber mit. Man hat halt einen Pikachu-Titan. Vielleicht ist der Loot ganz cool. Man kann ein paar Elektrosplitter vielleicht farmen. Ähm, er wird nicht so einfach sein. Also, er wird relativ schwer, weil er würde ja schwerer gemacht. Das hat Pokémon ja selber geschrieben, dass er schwerer gemacht wird. Und deswegen, Leute, nehmt ihn mit und wir warten mal den Montag ab. Und das, was ich euch sagen wollte, am 27. um 3 Uhr werde ich hier auch auf YouTube Livestream. Wir gucken uns diesen Stream zusammen an. Wenn ihr Bock habt, seid gerne dabei. Da können wir zusammen drüber quatschen, was wir gerade sehen. Würde mich mal interessieren. Natürlich wird es auch danach Videos geben. Also, alle, die vielleicht zu der Zeit nicht können. Ich werde zu allen wichtigen Punkten ein Video machen und hier hochladen auf dem Kanal. Und wenn es 10 Videos sind am Montag, ist das vollkommen egal. Ich habe Zeit. Ich setze mich dran und werde die Sachen hochladen. Also, da werde ich ja keine News verpassen. So, für alle, die, die jetzt keinen Spoiler zu einer vielleicht eventuellen Ankündigung haben wollen, würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr mir ein bisschen zugeschaut habt. Ich freue mich über ein Abo und ein Like, Freunde, Leute. Und wir sehen uns hoffentlich im anderen Video wieder. Für alle, die, die vielleicht eine Mini-Ankündigung mitbekommen wollen, kommt sie jetzt. Ja, also, hoffe alle anderen haben abgeschaltet. Wir fangen an. Es gab seit langem die Spekulation, dass wir Pokémon Rot und Blau und auch Gelb in den Pokémon Gameboy Simulator bekommen, den es auf der Switch gibt. Weil es kommt ja Pokémon Stadium für Nintendo 64 in den Emulator. Und da gab es einen Trailer, wo am Ende stand, also im Japanischen gab es den Trailer nur, wo stand, dass es nicht möglich ist, Pokémon aus Rot und Blau auf Nintendo Stadium rüberzuladen. Auf den Emulator-Versionen. Dieser Satz wurde aus den Trailern jetzt rausgenommen. Was viele ja interpretieren, hey, wir bekommen die alten Pokémon-Spiele rein. Es macht ja auch Sinn, Leute, wir haben einen Gameboy-Simulator auf der Switch, aber kein Pokémon Rot und Blau und auch kein Gold und Silber, was so die besten Pokémon-Spiele waren. Was ja auch weitergehen kann, wir haben ja auch schon den Gameboy Advance-Emulator. Es können weitere Spiele wie auch Rubin und Saphir zum Beispiel auf den Gameboy Advance-Emulator kommen. Warum ich aber jetzt auf Pokémon Rot und Blau spezifisch eingehen möchte, ist, Leute, Pokémon hat zum Pokémon-Day, zum Ankündigung ihres Livestreams, diesen Mini-Teaser hier veröffentlicht. Und jetzt achtet mal drauf, was mich so ein bisschen stutzig macht. Erstens, alle Pokémon, die in dem Kreis zu sehen sind, sind Pokémon aus der allerersten Generation. Wir fangen mit Bisasam an und gehen bis Taubos. Das ist komplett die ersten Pokémon, die es gibt. Die bilden dann einen Kreis, was den Pokémon-Day als Logo bildet. Und wir bekommen einen Raum zu sehen, wo wir rote Ballons, gelbe Ballons, sogar einen Pikachu-Ballon haben. Und das ganze Design ist in Rot, Blau und Gelb gehalten. Es ist schon sehr, sehr auffällig, oder? Dass man hingeht und man packt nur diese Farben in dieses Bild über die Klarheit. Jetzt kann man sagen, es sind zwar nur drei Farben, Rot und Blau, äh, die Rot und Weiß sind Pokémon-Farben. Gelb ist Pikachu, Blau kann man als Hintergrund nehmen. Klar kann man es auch so interpretieren. Aber es ist wirklich schon sehr, sehr, sehr verdächtig, dass in dem Kreis nur die Pokémon aus der ersten Generation auftauchen. Wir haben Pikachu, äh, die drei Farben der Generation plus A-Leute. Ich würde sagen, komm, safe, oder? Wir werden die Emulatoren bekommen. Ich hätte Bock drauf. Also Leute, ich sage vielen, vielen Dank. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch der Meinung seid. Und dann, bis dennne und ciao. Schreibt es mal gerne in die Kommentare.